Westphalenblatt, die Lokalzeitung. Ja, besser könnte es nicht sein. Ein Niederländer beim SC Paderborn im Trainingslager in den Niederlanden. Herzlich willkommen, Jasper van der Werf. Wie sehr hast du dich gefreut, dass das Trainingslager in deiner Heimat stattfindet? Ja, ich habe mich sehr gefreut, wieder nach Holland zu kommen. Es ist schon eine Weile her, dass ich hier war und es fühlt sich gut an, wieder in Holland zu sein. Und als Neuzugang so der erste Eindruck nach der Hälfte der Vorbereitung des Trainingslagers ist jetzt auch fast schon zu Ende. Wie ist der Eindruck der neuen Mannschaft? Ja, ich habe einen sehr guten Eindruck. Ich wurde sehr gut aufgenommen in der Mannschaft. Und ja, die Abläufe perfektionieren sich, werden immer besser. Und ja, mein Eindruck ist sehr gut. Was glaubst du, was für den SC Paderborn in der neuen Saison möglich ist und für dich persönlich? Ich denke, dass sehr vieles möglich ist. Wir haben eine neue Mannschaft mit vielen neuen Spielern, aber ich denke, wir müssen uns nicht verstecken in der Liga. Ich denke, dass alles möglich ist, nach vorne oder auch nach hinten. Wir müssen einfach von Anfang an da sein und alles geben. Vielen Dank. Vielen Dank.